Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hellblade, Senua's Sacrifice. So, weiter geht's mit der nächsten Prüfung, würde ich sagen. Das muss ja aber erstmal wieder der Steuerung wieder ein bisschen klacken, ich habe jetzt schon ein paar Tage lang nicht mehr gespielt. In Blindness there can be Wisdom, only by giving can you receive in return. For this reason, I give my life and pass on my stories of the Northmen to you, Senua. Where am I? I can't see. Shh. Who's there? Can you hear me? Do you? I'm right here. Can you see me? No. Help me. Breathe slow. It's the darkness. Stay still. Empty your thoughts. Tell me what you feel. The breeze. Good. Then there is a way out. I can't tell where it comes from. Yes, you can. Und wir sehen jetzt gerade überhaupt nicht, wo wir lang gehen. Okay. 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 Schauen, ob es irgendwo einen Weg nach draußen gibt. Schauen, ob es irgendwo einen Weg nach draußen gibt. Schauen, ob es irgendwo einen Weg nach draußen gibt. Schauen, ob es irgendwo einen Weg nach draußen gibt. Schauen, ob es irgendwo einen Weg nach draußen gibt. Schauen, ob es irgendwo einen Weg nach draußen gibt. Schauen, ob es irgendwo einen Weg nach draußen gibt. Schauen, ob es irgendwo einen Weg nach draußen gibt. Schauen, ob es irgendwo einen Weg nach draußen gibt. Schauen, ob es irgendwo einen Weg nach draußen gibt. Schauen, ob es irgendwo einen Weg nach draußen gibt. Schauen, ob es irgendwo einen Weg nach draußen gibt. Schauen, ob es irgendwo einen Weg nach draußen gibt. Schauen, ob es irgendwo einen Weg nach draußen gibt. Schauen, ob es irgendwo einen Weg nach draußen gibt. was kommt eigentlich von der seite irgendwie was Ich kann nicht weitergehen, Lillian. Findet ein Weg. Ich werde dich nicht hier verlassen. Ich bin irgendwo hin. Die Wurzeln sind weg. Okay. Lass die Welt sparen. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Okay. Ich höre Wasser. Geh. Gehen wir mal in Richtung Wasser. Ich hoffe, wir sind hier richtig. Gut. Das ist dein Weg. Seid es abends. Ich bin so sorry. Ich dachte, ich habe das alles verlassen. Keine Entschuldigung. Es ist nicht deine Schuld. Er war richtig. Es ist in mir. Es wird mich nicht verlassen. Senor. Mein Vater. Er hat mir die schwersten Kriege gemacht. Nicht die Sorte. Aber es ist kein Cowher. Er hat das für mich in den Moria Triumph. Es ist nur noch eine Kriege. Wir können ihn. Das ist nicht so, Bette. Du musst nicht helfen. Ich will. Ich will. Beside. Du wirst ein großartiger Krieger sein. Du musst mich wie du. Okay. Ich mache mein Bestes. Ich weiß, was du denkst. Okay, die Stimmen sind also auch wieder da. Huh? Er ist nicht wirklich hier. Es ist nicht wirklich hier. Es scheint, dass es keine Erskeitserung ist. Es ist nicht die Vergangenheit in diesem Ort. Es ist nicht die Vergangenheit. Und so ist sie für sie zu verlassen. Es ist nicht die Vergangenheit. Es ist nicht die Vergangenheit. Es ist nicht die Vergangenheit. Und so ist alles. Können wir da reingehen? Mach du Heiliger. Muszę wierzyć niemooc. O mój Boże. Ah, ich krieg nen Vogel Ich hab keinen Plan, was ich ihn machen muss Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, was ist das? Ich bin genauso wie am Anfang schon wieder Ist extrem, ich sehe gar nichts mehr Nur so kleine Abschnitte und sowas Okay, anscheinend haben wir es überstanden, hoffe ich mal Hä? 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 Warum was ich jetzt nochmal neu anfangen? Okay Okay Die Wand scheint, äh, nicht so nah an den Vierern Aber ich hab keinen Plan, wo ich hin muss Und jetzt geh ich mal da ran, ob ich da sterbe Alter Okay, ich dürfe da nicht ran Und ich sterb schon wieder viel zu oft jetzt Lass es hinter dir Okay 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 Sojärs Okay Sojärs Hier geht es bloß wieder rein Hier ist aber eine Wand, ich weiß nicht, wo ich hier hin muss Hä? Ich habe keinen Plan, Leute Kann ich hier vorbeischleichen? Hier geht es nicht weiter Ich bin hier Ich bin hier Ich geh jetzt einfach mal den Feuern hier entlang Und hoffe mal, dass er nicht mehr in so ein Vieh kommt Alter, ist das krass Ich denke, ich bin in der Haus Es stets Die Schmutzung ist testin' Du bist in Kontrolle Sorry, dass ich ein bisschen wenig rede Aber ich bin hochkonzentriert hier grad Bin ich jetzt Nein, ich seh doch überhaupt nix Ich denke, ich bin in der Haus Es stets Die Schmutzung ist testin' Du bist in Kontrolle There's a well Oh, well. Don't turn back. You're getting close. I feel you. Help me. What the fuck? What the fuck? Is that you? Yes. I can see a light. Yes. I can see you too. Yes. 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 Yes, yes. Sie sehen mich? Ja. Sie waren öblich, aber Sie waren... ...lone. Und wenn sie endlich verlassen hat, ... sie könnte überall sein, ... mit kein Erinnerung von wie sie dort kam. Wenn es kommt für mich, ... ich habe keine Macht über ihn. Aber hier, für den ersten Mal, ... jemand war da, um zu helfen. Aber ich hörte Ihre Sprache. Du hast mich zurückgebracht. Du hast dein eigen Weg zurückgebracht. All du brauchst war ein bisschen Hilfe. Ein bisschen Hoffnung. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay, Leute, ich würde sagen, ... das war es dann aber schon wieder mit der Folge. Boah, die war ja richtig Hardcore, ... in der Dunkelheit, wenn du überhaupt nichts mehr siehst. Wenn es euch ein bisschen gefallen würde, ... würde mich sehr, sehr über einen Daumen nach oben freuen, ... einen Kommentar, oder was? Oder auch ein Abo, wie ihr lustig seid. Und in der nächsten Folge, ... würde ich sagen, ... schauen wir uns dann das letzte Siegel an. Ich glaube, das waren vier Stück, oder? Genau, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Bis dahin, ciao, ciao. Euer Andi. Bis dahin.